Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute sprechen wir über den neuen UFC Champion Charles Oliveira. Lasst deshalb gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr das auf YouTube hört oder ein Follow bei Spotify oder natürlich auch, ihr wisst es ja, eine Bewertung bei iTunes. Charles Oliveira hat auf der Postfight Pressekonferenz ein paar spannende Infos rausgelassen, aber das Problem dahinter war, der Übersetzer, der Dolmetscher von Charles Oliveira hat nur sehr, ja, sehr schüchtern übersetzt und nur sehr, sehr wenig übersetzt. Aber Charles Oliveira machte dort eine Aussage, über die man definitiv berichten sollte und zwar plant der neue UFC Lightweight Champ, Charles Oliveira, dass er wieder runter in das Federgewicht geht und dort ebenfalls den Gürtel gewinnt und das ist doch eine sehr spannende News. Charles Oliveira sagt, er hat mit dem Federgewicht noch nicht komplett abgeschlossen und wenn Dana White, also der UFC Boss, wenn Dana ihm da ein Angebot macht und Dana das auch möchte, dass er runter geht, dass er durchaus offen wäre, diese Gewichtsklasse nochmal zu wechseln. Das ist eine sehr spannende Situation, zumal wir ja wissen, wie die UFC zum Thema Double Champions steht. Die UFC mag Double Champions, die UFC will Double Champions, die UFC, ja, würde das definitiv buchen. Ich meine, klar, Charles Oliveira ist beliebt bei den Fans, nicht ganz so beliebt, einfach weil er kein Englisch kann. Das ist einer seiner größten Nachteile. Er spricht kein Englisch, er kann nicht so gut promotet werden, wie zum Beispiel bei Michael Chandler, der ein absolutes Biest am Mikrofon ist, aber Oliveira ist nichtsdestotrotz wahnsinnig, wahnsinnig beliebt. Klar, hat auch toll performt gegen einen Michael Chandler. Nun ist natürlich die Frage, wird man das wirklich machen? Wird man wirklich Charles Oliveira runter in das Federgewicht gehen lassen? Und ich kann mir vorstellen, dass die Antwort darauf auch mit dem Ergebnis aus dem Juli-Paperview zusammenhängt, denn wenn Conor McGregor gegen Dustin Poirier gewinnt und man die Wahl hat, bucht man Charles Oliveira versus Alexander Volkanovski und versucht damit Oliveira als Double Champ zu platzieren oder bucht man Charles Oliveira versus Conor McGregor, dann ist klar, die UFC wird in 10 von 10 Fällen Oliveira versus Conor buchen, versus McGregor. Dementsprechend dürfen wir mal gespannt sein, wie sich das Ganze ausspielen lässt. Ich denke, die UFC hätte gerne Charles Oliveira als Double Champion, aber nicht, wenn er der aktuelle Champion im Lightweight ist. Das Lightweight wurde schon ein bisschen aufgeschoben und das Ganze hat sich verzögert. Zuerst war McGregor Champion, hat nie gekämpft, dann hat Khabib ein sehr großes Geheimnis draus gemacht, ob er nun zurücktritt oder nicht, beziehungsweise nein, es war nie Khabibs Schuld, sondern die Schuld von UFC-Boss Dana White, denn der hat Khabibs Rücktritt nie ernst genommen. Also, komplizierte Situation, ich denke, ja, früher oder später kämpft Oliveira um den Gürtel im Featherweight, aber erstmal warten wir ab, wie das Ganze sich mit McGregor ausspielen wird. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, ich bin auf eure Meinung gespannt, folgt Wheel of MMA bei Instagram und damit, ciao! Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal.